Was ist passiert? Wo bin ich? Ich bin in einer Wüste? Warum bin ich jetzt auf einmal in einer Wüste? Wo ist mein Flugzeug? Nein, was mir im Flugzeug passiert? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Hier sind Hasen, okay. Ich war doch letztens noch in dem Meer gewesen, über Meer drüber geflogen und... Okay. Ich war eigentlich im Meer gewesen, Leute, aber ich bin anscheinend abgestürzt. Okay, komisch. Wo bin ich hier? Dann funktioniert doch alles. Ich kann auf jeden Fall noch laufen und springen kann ich auch noch. Meine Rissung wurde leicht beschädigt und mein Schild auch. Okay. Warum sind hier so viele Leute? Ich hab denen noch gar nichts getan. Ich hab denen noch gar nichts getan. Was wollen die von mir? Hä? Ich tut doch gar nichts. Ich hab denen noch gar nichts gemacht. Es sind hier so viele. Und die singen so... Ich hab keine Ahnung, was ist das. Äh, was ist hier hinter mir? Ah, das ist mir nicht so Lagerraum. Warum schießen die mich jetzt ab? Was ist hier passiert? Was wollen die hier von mir? Hier sieht ja aus, als müssen die... Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Da müssen irgendwelche Töten, die mich abschießen. Den kann ich nicht... Den kann ich nicht ausweichen. Es sieht so aus, als müssen die irgendwas hier beschützen. Warte mal. Da muss ich's mal gucken. Ich geh mal hier hoch, weil ich glaub, hier oben können mich nicht treffen, oder? Nee. Dann guck ich mir mal alles an. Na kurz den... So. Was wollen die hier von mir? Hier sind Minen? Und... Waaah! Hilfe! Warte, ich guck mal ganz kurz, was hier ist. Ich möchte die aber nicht Nicht triggern, weil... Hier sind sogar fallen. Oder wär grad fast iPhones gelaufen... und hier ist nichts... Und hier hängt irgendwas... Ok, ok. Hä, ich seh da ein Schatten... Warte mal was ist hier... Was ist in die Glocke, dass der zuhören kann? Wo? 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 Ich muss irgendwie reinkommen. Oh, was ist... Hallo? Hallo? Ja hallo, was bist denn du? Wurdest du ja eingesperrt? Kannst du reden? Ich brauche dich mal ganz frei. Ich habe leider nichts dabei. Tut mir leid. Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Ja, hallo. Wer bist denn du? Okay. Ja, hallo. Scheiße, ich muss ja richtig auffassen. Und was hängt hier? Oh. Warte, warte. Kann ich irgendwie holen? Clipboard, Missionen. Füttere deinen... Was ist ein... Bist du ein Flegro? Sag mal so. Kannst du mich verstehen? Okay, springst. Heißt... Was heißt ja? Also wenn du dreimal springst, heißt es ja. Okay. Und was heißt bei dir nein? Okay, wenn du dich ganz wild drehst. Okay. Und du bist also ein Flegro. Okay. Ja, dann komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit. Wir müssen hier ganz weg, weil hier ist ein bisschen zu gefährlich. Boah, das war eine heilere Aufregung, da hochzukommen. Ähm, Alter, waren da wirklich Leute gewesen, die ich eingesperrt haben? Okay. Ähm. Und was wollten die von dir? Äh. Oh, warte. Ich hatte nur Fragen beantworten. Äh. Boah. Also, ähm. Willkommen, weil ich ganz im Herzen verloren habe. Also, ähm. Äh, ey. Hast du auch Hunger? Okay. Möchtest du einen Fisch haben? Ja, das ist ein bisschen Fisch. Davon habe ich mir noch von der Heimreise ein bisschen mitgenommen, Leute. Ich war, wie gesagt, unterwegs gewesen. Ähm. Und da bin ich da hinten einfach abgestürzt. Äh. Ja, ich habe nur noch ein paar Sachen. Ähm. Ich habe zum Glück noch mein Auto mitgenommen. Mein zwei Autos mitgenommen. Gut, da müssen wir ganz gucken. Also, das sind ja Missionen. Ähm. Und hier, füttere dein Flego. Äh. Ich habe dich jetzt gefüttet. Also, du kannst eigentlich abhaken. Nell? Ja. Vielleicht. Bau ihm ein Haus. Ich muss... Okay, ich baue dir ein Haus. Okay. Ähm. Ich brauche generell auch mal ein Haus. Aber ich würde mal sagen, wir nisten uns nicht direkt hier ein. Weil hier waren ja die Leute gewesen. Ähm. Oh. Ich habe einfach mein Auto jetzt zweimal. Gigi. Achtung, pass auf, hinter dir sind solche Dinger, die sich andauernd abschießen. Ähm. Wollen wir uns mal hier einnisten? Fürs Erste. Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Hallo? Herr? Herr? Herr. Okay. Äh. Okay. Der wohnt hier anscheinend. Äh. Dann. Ich glaube, ich bin hier nicht so gut zum Wohnen. Ähm. Aber ich glaube doch hier. Also hier in der Ecke. Bei der Pflanze hier. Okay. Das ist auf jeden Fall perfekt. Warte, was ist es hier denn? Äh. Peach Flower. Kann ich irgendwas rausnehmen? Ne. Kann ich nicht. Äh. Dann baue ich dir mal ein Haus. Ähm. Ich baue mein Auto wieder mit. Ähm. Dann baue ich dir mal ein Haus. Und so weiter. Die haben auch ganz viele Sachen bekommen. Die haben auch Abos getroppt. Und Honi. Tue. Was ist das? Kann ich das irgendwie essen oder kann ich das platzieren? Nö. So komm ich. Und die haben App getroppt. Iron Nuggets. Okay. Komisch. Hm? Wow. Und du kannst fliegen. Äh. Also du kannst wirklich richtig fliegen. Okay. Das ist cool. Hast du es gerade erst erlernt? Oder konntest du es davor schon? Also. Ähm. Konntest du es davor schon? Also hast du es gerade erst erlernt? Ja. Okay. Leute. Ich habe da Fragen für den lieben Pfleger. Du bist auch ein Pfleger, gell? Für die lieben Pflegro. Ähm. In die Kommentare. Oder auf alle Fragen, die ich ihm stellen soll. Und vielleicht möchte er auch. Vielleicht irgendeinen Namen und so. Äh. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ähm. Ich baue es aber erstmal. Ähm. Ich habe nicht gekauft im Bench. Und dann hole ich mir erstmal eine Spitzsacke. Und ich kann mir ein. Okay. Okay. Das hört sich interessant an. Dass man alles kaufen kann. Aber nee. Ich möchte jetzt erstmal. Ähm. Mich hier reinbauen. Äh. Oh. Oh nein. Äh. Was war denn das? Äh. Okay. So. Ich baue mich hier rein. Ähm. Also ich würde jetzt nicht sagen. Oh. Warum die ich mir so. Die eigentlich so großartig. Ähm. Du kannst erstmal. Wenn du möchtest. Hier drin leben. Aber du bekommst auf jeden Fall noch. Ähm. Mehr. Also du bekommst auf jeden Fall noch was größeres. Aber ich glaube für das erste reicht doch mal. Wenn du hier drin liegst. Oder? Okay. Gut. Äh. Warte. Dann mache ich den noch größeren Eingang. Passt hier rein. Hier ist doch schön. Gell. Soll ich dann so machen? Dann hast du so Fenster. So. Oder. Warte. Soll ich dich bauen lassen? Warte. Lass dich mal bauen. Ähm. Und ich mache noch hier. Oh. Warte mal. Das war eine Spitzhacke. Ähm. Ich mache noch hier so ein bisschen Pflanzen davor. Und dann hier noch so ein Fenster. So ist doch schön, oder? Ja. Gell. Freust dich ja richtig. Gut. Ja. Perfekt. Äh. 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 Kommt das von oben, oder kommt das gerade von dir? Das kommt von dir. Okay. Äh. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich wollte gerade eigentlich abhaken mit Bau ihm ein Haus. Äh. Also wenn, also immer wenn ich eine Sache erledigt habe, bekommst du eine neue Fähigkeit. Okay. Ähm. Und fällt ein Baum. Das kann ich ja eigentlich auch, ähm, äh, Dings abhaken, weil wir ja einen Baum gefällt haben, gell? Äh. Und trainiere ihn. Wie soll ich dich trainieren? Äh. Soll ich dich in Fußball trainieren? Komm. Komm. Ja, äh, zähl das halt. Also ich glaube, du kannst erst mal mit dem Ball spielen. Äh, warte kurz. Äh, kann man den Ball irgendwie noch aufheben? Ähm. Ja, so. Äh, genau. Du kannst den Ball bei dir einfach oben jetzt, äh, hin machen in dein Zimmer. Und einfach mal, wenn du spielen möchtest, und ein bisschen, äh, ball trainieren. Ich glaube, das zählt als trainieren. Du fliegst dann dauernd gegen die, äh, Wand. Äh, gut. Ich glaube, das zählt als trainieren. Baue ihm einen Ofen. Dann brauche ich dir noch einen Ofen, Mann, aber. Brauche ich mich mal raus? Okay. Äh, gut, Mann, dann brauche ich mich mal einen Ofen. Und dann kann... Was machst du... Was machst du eigentlich mit dem Ofen? Also, ähm... Brennst du da was, oder spielst du mit dem Ofen? Also, rennst du in dem Ofen was? Nein. Spielst du mit dem Ofen? Nein. Okay, machst du irgendwas mit dem Ofen? Okay. Also, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wir mit dem Ofen machen können. Ich habe gerade keine Ahnung. Und irgendwie sieht es gerade komisch aus, wie ich hier... Okay. Äh, ja. Ich weiß in die Kommentare, was wir mit dem Ofen machen könnten. Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Äh... Was muss ich anscheinend machen, damit wir erst dann, äh, neue Missionen bekommen. Also, anscheinend bekommen wir die ganze Zeit Missionen und müssen ihn leveln. Ist aber interessant. Ähm... Jetzt habe ich einen, äh, Fisch. Ähm, gut. Äh, und... Was war das eigentlich gerade gewesen, dieser Sound-Jar? Lol. Kannst du jetzt besser abbauen? Okay, also, das ist eine Art, so eine, äh, Art, ähm, irgendwas zum Abbauen. Also, so eine, äh, das kannst du schneller abbauen, kannst du eine Fähigkeit. Okay, das ist, das ist gut. Das ist gut. Und was ist das hier? Eine Blume. Sag mal, lieb. Guck mal, die Blume setze ich dir jetzt hier direkt davor. So. Gut. Aber, Leute. Ich glaube, in den kommenden Tagen, äh, was man... Also, was man noch alles bekommen kann. Äh, ich habe nämlich echt keine Ahnung, was man bekommen kann. Und dann will ich auch... Und dann will ich Ball spielen. Warte, dann spielen wir mal ein bisschen Ball, gell? Äh, oh. Ich glaube, da... Äh, ja, ich bin ja... Ja, äh, hier. Gut. Äh, gut, Leute. Also, wie gesagt, ich glaube, in den Kommentaren, was er alles machen kann. Ähm, genau, lass ein Like da. Äh, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Äh, danke an alle, die den Kanal abonniert haben. Äh, und, und... Okay, und der... Äh, äh... Legro... Okay, der tötet einfach irgendwelche Sachen. Äh, äh, lasst... Sei dir mal gegönnt. Du warst gefangen. Äh, und wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wer ihn gefangen genommen hat. Weil es war anscheinend niemand Nettes. Genau. Dann würdest du sagen, wir sind es jetzt nächstes Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Oh, dankeschön. Honeymoon. Bye. Bye. Bye.